...zu suchen und zu retten, was verloren ist. Unser Teil dieser Mission ist das Suchen der Menschen. Und auch wenn wir die Menschen haben. Und die Spazierbete sind vielleicht der einfachste Weg für unsere Menschen. Wir haben gerade Gottes Befugung, der Weg zur Errettung von Menschen, weil er bei jedem der größten Gebete erhört wird und dann bekommt. Wie man mit dem Spazierbete geht. Unsere Gebete reichen dabei, wie gesagt, über eigene Bedürfnisse hinaus. Es geht auch nicht so sehr um das Spazierengehen oder außerhalb der Kirchengebäude sein. Es geht vielmehr darum, die hier zu sein. Wir sind da und da. 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 Wir sind da, weil wir im stingigen sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020